. 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 Also ich traue mich einfach nicht, einen Giel in das Bett zu locken. Ich meine, ein München auf die Stirne, das geht ja noch. Aber so richtig der Giegel in die Pfiffe, ich weiss es also nicht. Semmi, weißt du mit dir auch? Du brauchst doch alles. Ja, ich habe im Gegensatz zu dir von trockenem Zirkelweiber Persönlichkeit. Und da gefällt halt Männer wie Frauen. Ja, wenn sie wissen wollen, wie die Serie weitergeht, dann können wir ihnen auch nicht weiterhelfen, weil wir ganz sicher nicht nur mal so ein Zeich produzieren werden. Wenn sie aber einen seriösen Beitrag zum Thema Behinderung und Sexualität sehen wollen, dann schauen sie doch nächste Woche das Interview mit der ARZ von der Fachstelle Behinderung und Sexualität. Da auf SLTV.